Nabila Keita 10. Februar 1995 in Konakry, ist ein Go-In-Ice-Share-Fußballspieler. Karriere Keita kam von seinem Heimatverein Horoya AC nach Frankreich in die Jugend des FC Estres. 2013 wurde er in die erste Mannschaft des Klubs befördert und absolvierte seine erste Saison als Profifußballer, in der er in 23 Spielen an elf Touren beteiligt war. Im Sommer 2014 wechselte er nach Österreich zum FC Red Bull Salzburg und unterschrieb einen bis Juni 2019 laufenden Vertrag. In seiner ersten Saison in Österreich setzte sich Keita als Stammspieler durch, erzielte fünf Tore und bereitete zwei weitere Tore in 30 Spielen vor. Am Ende der Saison wurde er Meister und Cupsieger. Auf internationaler Ebene erreichte er das 16. Finale der UEFA Europa League, in dem der Verein gegen FC Villarreal ausschied. In der Saison 2015 16. konnte er seine Leistungen bestätigen, musste aber Anfang 2016 aufgrund einer Malaria-Erkrankung mehrere Wochen pausieren. Anfang März wurde seine Vertragslaufzeit bis Juni 2021 verlängert. Von den Trainern und Funktionären der Bundesliga wurde Keita zu Saisonende zum Spieler des Jahres der Saison 2015 16. gewählt. Am 20. Juni 2016 wechselte Keita zum deutschen Bundesligisten AB Leipzig, bei dem er einen bis Juni 2020 laufenden Vertrag unterschrieb. Bei seinem Bundesliga-Debüt am 10. September 2016, zweiter Spieltag, erzielte er den 1-0-Sieg-Treffer im Heimspiel gegen Borussia Dortmund in der 89. Minute. Im August 2017 unterschrieb Keita einen ab der Saison 2018-19 laufenden Vertrag beim FC Liverpool. Nationalmannschaft Keita ist seit 2014 Mitglied der Go-In-Eist-Chain-Nationalmannschaft. Er erreichte mit seiner Mannschaft bei der Fußball-Afrika-Meisterschaft 2015 das Viertelfinale, in dem man gegen Ghana kam.